ok ähm bei der Fälle der gleiche Dinge ja das klappt nie guck dir den Pixelbreiter an und du als erstes das ist nicht wahr der Computer geht ja mal richtig gut gerade und schon wieder doch in dem Spiel mag ich den Computer ein bisschen ja doch ja also es ist genau unter ho der Computer ist top ehrlich warum hast du das so ein Grafikfehler bei dir? ich weiß nicht wenn sich die Geräte hinten bewegen, dass auch Grafik kaputt geht ich glaube mein M64 ist kaputt ist es kaputt? ja ich bin ein Graber ja hihihi 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 der ist so dumm und schon dass er sich die Zauberlampe holt was denn? ja gar nicht hihihi hihihi wuaah hihihi 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 Oh, sorry, ich brauche keine Cheats! Ich bin ein Pfund, du bist so mies! Wieso? Ich bin ein Sieg! Ich bin ein unabhängiger Sieg! Ich bin ein Sieg! Ich bin ein Sieg! Hey, ich habe mich geflogen! Schuss! Er hat's cheated! Ich bin mir sicher. Huh tanze! Prozent bei ihm tanzt die Gruppe an! Oh nein! Bucht dir an was du machen sollst! The Magic Glow! A drücken! Furcht das! Ich glaube du musst auch die Richtung annehmen, oder? Wie das auch immer? Und der fängt ihn gleich! Bei diesem Spiel hat er schon gestern verkackt und heute... Du das auch! Ich verstehe den Sinn von diesem Spiel nicht! Es geht einfach nicht! Egal! Ich hab in den Stern gekreilt! Wie lohnt's? Wie lohnt's? Lohnt's? Luigi! Mama Luigi! Ich hoffe das lohnt sich aber... Ich sag nein! Oh mein Gott! Ja, das hat sich gelohnt! Nee, hat sich nicht gelohnt! Mega, ne! 3 plus 6 ergibt 9, hab ich nicht gedacht! Wieder haben wir... Zack, aufs große Feld! Nein! Hau den Boots! Und zwar! Oh, ich hab's mit der High Schaukel! Ich bin's jetzt immer bei dem High Schaukel! Gestern zweimal, heute wieder! Und er liebt die High Schaukel! Ohne was von mir folgen zu ahnen! Ohne was von mir folgen zu ahnen! Dabei ist der in die Warnung! Gestern Nacht ist meine Schaukel explodiert! Ich habe nicht damit gerechnet! Darum bin ich weit... ...flug und doll! Los! Ah, schade! Naja, umkehrt jetzt ist das auch nicht schlecht! Ja, ich wollte aber die Buhu! Buhu! Sie sind auch nur... Ach, du willst es doch mal ankommen lassen! Also ich denke mal, Yoshi wird den Münchstern kriegen heute! Ein Hochzoo! Fallball! Ich glaube, wir müssen von irgendwas wegrennen! Oder hochrennen! Wegrennen! Wegrennen! Oh, oh, oh! Ja, dieses ähm... Mit B war angreifen? Nee! Stammattacke und... ...normale... ja, sprengen und... Also ich zumindest! Kurz gesagt, Stay Alive! Stamm... ...und... ...und... Ich habe mich dann... ... schon wieder nicht gesehen! Tschüss! So war's voll rausgegangen! Stirb! Stirb, Kartoffeln! Heute nicht! Stirb, Mario! Was? Oh! Er hat einen da gegen den Computer verloren, im 1-on-1. Drogen. You are an idiot. Vielleicht beißt er in sein Gamepad. So, jetzt sind 2 nach oben. Schade. Ja, bin ich. Ey, dann kriegst du dich. Zum Glück. Ich wollte dir deine kompletten Münzen aufhören. Ja, bitte. Oh nein. Nein. Meine kompletten Münzen. Ich teile bis 19. Und, so? Ja. Dieser Grafikbott macht mich da ein bisschen ... Ja, das ist für alle 64. Ich krieg ja gleich einen epileptischen. Ich hab ihn schon. Ihr Perlepse. One-on-one Game. Oh my God. Ist irgendwas mit ... Was? Button-Smashing, weil Button-Smashing, da hat er keine Chance. Was kann er gemacht? Eiskrammatten? Eiskrammatten? Oh nein. Fahr in der Dampflok durch die richtigen Tunnel. Willst du noch falsch tun und fesseln in den Abgrund. Das ist ein Glücksspiel. Das ist ein Glücksspiel. Ja. Ja, dann ... Good luck, ne? Weil, da können wir nicht wirklich was tun. Voll in die Fresse gekriegt. So eine Eisenbahn ins Gesicht. Das tut bestimmt weh. Ja, bin hier mal gespannt. Nach rechts. Verliere. Was zum? Rechts. Ähm, links. Ach, bleibt das mitten, der ist immer ... Ja. Aha. Okay, jetzt versteht der Spiel aber alles. Hä? Warum? Rechts. Was? Ich bin voll raus. Ich bin voll raus. Da könntest du unter Umständen rechts haben. Rechts haben. Diese Spiele machen mich schon ganz kaputt. Oh mein Gott. Okay. Für zu wissen. Es ist bei mir genauso wie bei dir, oder? Wie unfair ist das denn? Beim besten Willen. Das ist ja mal richtig leckerlich. Einmal rechts. Es ist schlimm, wenn ich dieses Spiel nicht so ganz ... sinnvoll ... Das ist ein Scheiß. Ja, aber wirklich. Das ist ein Grafikpack. Sorry, also ... Genau. Ich muss das jetzt nicht so ganz oder so, ne? Ich muss aber gut, dass ich einen Geist bekomme. Hu hu hu. Ich will dir nicht wieder Ballon bohren. Hau den bohren. Ich glaube, das kann ich nicht. Ist da eine ... Eine ... Eine ... Zauberflampe? Unter Umständen?